Dein Zoo heute in Dänemark. Diese gewöhnlich wirkenden Zebrafinken sind mehr als nur kleine singende Ziervögel. Sie könnten der Schlüssel zu einer faszinierenden wissenschaftlichen Entdeckung sein. Diese Vögel haben nämlich eine Sprache, die erforscht werden kann. Von ihnen kann man letztendlich lernen, wie auch Menschenwörter formen. Und genau das wird hier erforscht. Viele der Prozesse, die die Vögel beim Lernen des Singens durchgehen, sind sehr ähnlich mit denen beim Menschen, wenn er lernt zu sprechen. Sogar die Sprache an sich hat Ähnlichkeiten. Die Ergebnisse der Forschungen können möglicherweise bei Sprachbehinderten angewandt werden und letztendlich damit Millionen Menschen auf der ganzen Welt helfen. Dein Zoo hat immer geöffnet, hier auf YouTube. Klicke auf das Logo zum Abonnieren. Links für die süßesten Tiervideos und rechts für die interessantesten Stories. Viel Spaß beim Anschauen!